Unser Schulleiter, der wurde auch geschlagen. Darum ist er jetzt am Krankenhaus. Mein Freund hat einen 16-Jährigen hier geschlagen. Er hat Respekt von jedem bekommen. Es gibt ja öfters, dass Leute sich maskieren, die Lehrer verfolgen und dann schlagen. Was bedeutet denn Ehre für euch? Wenn er mich beleidigt, wenn er sagt, ich fick deine Mutter oder sowas, dann würde ich ihn einfach tot schlagen. Du weißt, wenn ich sage, ich fick deine Mutter? Dann weiß ich auch, wie er es meint. Also nicht ernst. Aber wenn jemand anderes kommt und mir sagt, ich fick deine Mutter, dann ist ja was anderes. Wie sieht denn deine Zukunft aus? Wie siehst du deine Zukunft? Siehst du die irgendwie auszubilden? Meine Zukunft ist nur Überfälle und Ähmliche. Jeden Tag.